Das war mit Sicherheit außergewöhnlich als Zweitligist, die UEFA Cup zu spielen und für den Verein genauso wie die Spieler. Das Jahr 2001 ist ein ganz besonderes in der Geschichte unseres Vereins. Aufstieg in die zweite Liga, DFB-Pokalfinale gegen Schalke und dadurch die Qualifikation für den UEFA-Pokal. Sreto Ristic war damals einer der wichtigen Sommerneuzugänge für die neuen Herausforderungen. Die Mannschaft von damals war schon etwas ganz Besonderes. Gespickt mit einigen Nationalspielern mit viel Erfahrung und einem ganz speziellen Trainer, Georgi Wasiev, der General. Ja, so mit einem Wort ist es nicht zu beschreiben. Wir hatten einen Trainer, der wirklich alle Besprechungen auf Bulgarisch gemacht hat und einen Co-Trainer gehabt hat, der das dann übersetzt hat. Das war schon außergewöhnlich und die Mannschaft an sich war sehr Multikulti, aber mit richtig guten Fußballern und ein richtig gutes Miteinander. In der ersten Runde des UEFA-Pokals ging es nach Finnland zu Haka Walkeakowski und das in einer besonderen Situation. Einen Tag vor der Abreise windet der Terroranschlag auf die Vereinigten Staaten statt. Ja, das war auf jeden Fall ein außergewöhnliches Erlebnis. Wir hatten, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber es war der 11. September damals. Wir hatten noch einen Tag davor darüber gesprochen, vor der Abreise, ob wir überhaupt spielen oder nicht. Und dann sind wir doch hingeflogen nach Finnland und bei der Ankunft am Flughafen wurde uns gesagt, dass das Spiel abgesagt wird. Ja, dann sind wir wieder eigentlich nach dem Mittagessen, aber ich weiß jetzt nicht, wie es war, ein bisschen durch die Stadt gelaufen, wieder zurückgeflogen. Um Woche drauf nochmal hochzufahren und das war einfach eine wahnsinnige Erfahrung. Aber das Ganze hat es ausgemacht und auch die Fans, ich weiß nicht wie viele Fans, insgesamt 2.000, 3.000, davon waren bestimmt 300, 400 Unioner. Und das war fast wieder wie ein Heimspiel für uns. Mit 1 zu 1 geht es ins Rückspiel. Das muss mal wieder in einem fremden Stadion stattfinden. Im Jarnsportpark nicht gerade ein beliebter Ort für Unioner. Dafür sieht das Spiel gegen die Finnen aber umso besser aus. Die zweite Runde ist das erklärte Ziel für den Zweitligisten und dem Schatzmeister von Union Berlin wird es egal sein, in welchem Stadion. Die Million verdient wird, die aufs Konto fließt, sollte dieses Ziel heute erreicht werden. Jetzt die Formation von Union. Denn der Trainer, denn Georgi Vyassiliev, der bulgarische, erfahrene Internationale, hat sich für die gleiche Formation wie in Valkirkowski entschieden. 1 zu 1 endete ja das Hinspiel. Eine gute, eine solide Ausgangsposition. Ein bisschen überraschend sicherlich, dass Isa, der gefährlichste Torschütze der letzten Saison, heute nicht von Beginn an dabei ist. 1 zu 1. Applaus Applaus In der zweiten Runde spielt man gegen Litek Slovic aus Bulgarien, die aber leider eine Nummer zu groß sind. Dennoch hat man natürlich aus den UEFA-Cup-Spielen sehr viel mitgenommen. Ja, ich glaube, dass uns schon was gebracht hat. Wir haben, wie gesagt, schon im Laufe des Jahres dann ordentlich Fußball gespielt, waren relativ lang, glaube ich, auch oben dabei, haben die Großen auch ärgern können, haben auch am letzten Spieltag gegen Mainz gewonnen, wo Mainz eigentlich mit dem Unentschieden durch wäre. Das hat schon was getan mit der Mannschaft. Wir haben gesehen, dass wir mehr können, dass wir auch außergewöhnliche Truppe sind und das haben wir immer wieder bestätigt. Der 1. FC Union Berlin auf internationaler Bühne ist immer eine ganz besondere Geschichte und ist auch oft mit weltpolitischen Dingen verknüpft. Sei es der Prager Frühling 1968, der 11. September 2001 oder die Corona-Pandemie 2021. Dennoch haben der Verein und seine Menschen immer von den Spielen in Europa profitiert und ganz viel Erfahrungen mitgenommen. Mal sehen, wann das nächste Kapitel Union International aufgeschlagen wird.